Lege innerhalb von 30 Sekunden nach der Landung aus dem Bus Distanz zurück, also insgesamt müsst ihr 1000 Meter zurücklegen. Ich würde euch empfehlen direkt bei einem Fahrzeug zu landen, zum Beispiel hier in Plissen Piazza. Ich blende euch hier noch eine Karte ein mit den ganzen Fahrzeugen, die ihr finden könnt. Die gelb eingerahmten sind die Fahrzeuge, die immer spornen.